Der Jesus freut sich, wenn wir ihm Platz in unserem Herzen geben, in unserer Familie geben, in unserem Raum geben. Jesus, wir laden dich ein. Jesus, wir laden dich ein, bei uns zu sein. Bitte komm herein, sei bei uns daheim. Du bist da, wunderbar, wir feiern uns, Halleluja. Du bist da, wunderbar, wir begrüßen dich. Jesus, wir laden dich ein, bei uns zu sein. Bitte komm herein, sei bei uns daheim. Du bist da, wunderbar, wir feiern uns, Halleluja. Du bist da, wunderbar, wir begrüßen dich. Jesus, wir laden dich ein, willkommen daheim.